Verehrte Gäste, liebe Star Capital-Freunde, ich denke in der großen Anzahl, und liebe Bellevue-Freunde, vielleicht noch wenige, aber hoffentlich etwas mehr in der Zukunft. Es freut mich ausserordentlich, Sie auch in meinem Namen herzlich begrüßen zu können und Teil dieser tollen Veranstaltung sein zu dürfen. Ich bin mitunter hier, um Ihnen einen ersten Einblick in unsere Gruppe zu vermitteln und Ihnen Bellevue näher zu führen. Zunächst ist allerdings die Frage erlaubt, wie Bellevue überhaupt dazu kommt, an dieser Veranstaltung mitzuwirken. Für die einen mag dieser Umstand nicht weiter zu überraschen, Für die anderen ist es Teil meiner Pflicht, Ihnen die Hintergründe unseres gemeinsamen Werdegangs in Erinnerung zu rufen. Die Bellevue-Gruppe ist eine kleine, in Küsnacht am Zürichsee ansässige, unabhängige Finanzgruppe. Diese bestand bis vor wenigen Monaten aus zwei operativen Einheiten, einer Bank, der Bank am Bellevue und Bellevue Asset Management. Im Zuge dieser Absicht, uns strategisch weiterzuentwickeln, haben wir uns im Frühjahr dieses Jahres entschlossen, einen Schulterschluss mit Star Capital anzukündigen. Dieser Zusammenschluss konnte Mitte Jahr zeitnah in die Tat umgesetzt werden, womit Star Capital an der Seite der genannten operativen Einheiten nun unter das Dach der Bellevue-Gruppe geschlüpft ist. Was waren die Beweggründe dieses Zusammenschlusses? Die Westengründe finden Sie hier formuliert. Auf den Punkt gebracht, waren wir gemeinsam von der Überzeugung getragen, dass wir gemeinsam stärker sind als im Alleingang. Besser gewettet für die Zukunft und mit mehr Kampfkraft, was die Weiterentwicklung der individuellen Gesellschaften, aber auch die Standorte in der Schweiz und in Deutschland betrifft. Wie es so ist, braucht es aber bekanntlich zwei, um einen Tango zu tanzen. Die Braut, Star Capital, dürfte allen ihren Anwesenden bestens vertraut sein. Bei Bellevue, also dem Bräutigam, bin ich mir nicht ganz sicher. Was oder besser, wer ist Bellevue überhaupt? Bellevue beinhaltet verschiedene Elemente und Facetten, die dem einen oder anderen in Deutschland gänzlich unbekannt und anderen vielleicht etwas bekannter sind. Das Bekanntere dürfte sich insbesondere hinter dem Kürzel BB verbergen sein. Nehmt man bloß das BB, fährt das noch rot ein und ergänzt Biotech, dann dürfte etwas auftauchen, was in Deutschland etwas bekannter ist. Das ist BB Biotech. Überraschung oder nicht, es ist in der Tat so, dass BB Biotech Teil von Bellevue ist. Genauer genommen ist Bellevue Gründerin der BB Biotech AG und verwaltet diese seit dem Gründungsjahr 1993. Das BB steht dann auch für das Fundament unserer Gruppe, die im gleichen Jahr wie BB Biotech gegründet wurde. Der Bank am Bellevue. Deshalb BB. Bank am Bellevue. Mit sechs Gründungspartnern und wenigen Mitarbeitern ist die Bank vor 23 Jahren gestartet. Als Maklerin für Schweizer Aktien und als Spezialistin für Analysen und Aktienanlagen im globalen Gesundheitssektor. In diesen zwei Dekaden hat sich die Bank in eine Gruppe entwickelt. Wobei das Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft für intermediäre und institutionelle Anleger, inklusive der damaligen Investmentgesellschaften BB Biotech und BB Medtech, in die heutige Bellevue Asset Management AG überführt wurden. Mit dem Zusammenschluss mit Star Capital umfasst die Gruppe heute etwas mehr als 100 Mitarbeitende und verwaltet damit knapp 7 Milliarden Euro. Es ist Teil unserer gemeinsamen Ambitionen in den kommenden Jahren mit hoffentlich hohem Tempo die wichtige Marke von 10 Milliarden Euro zu knacken. Obwohl wir ein relativ kleines, unabhängiges Institut sind, hat uns der Lauf unserer Gruppengeschichte an die Börse geführt. Wo unsere Gruppenaktie seit 2005 an der Züricher Börse notiert ist. Mit Teilen unserer ehemaligen Gründeraktionären, mit den Kadern und den Mitarbeitern und heute auch als Aktionäre sind vertretene Mitarbeiter von Star Capital, halten wir rund 44% der Gruppe. Der Rest befindet sich im Streubesitz. Wichtig für Sie, die Interessen unserer Kunden sind auch die unseren. Ein wichtiges Merkmal unserer Unternehmensphilosophie besteht denn auch darin, dass wir selber in hohem Maße in unseren eigenen Anlagestrategien investiert sind. Mit unseren privaten Vermögen, mit unseren Firmengeldern und mit unseren Vorsorgegeldern. Bevor wir also unsere Gerichte dem Publikum reichen, wie beim Restaurants, verkosten wir sie selber. Deshalb pflegen wir das angelsächsische Motto »We eat our own cooking«. Unseres Achtens eine zielführende Form des Risikomanagements. Ein weiteres wichtiges Kernelement unseres Credos als unternehmerischer Finanzdienstleister ist, dass wir Menschen, das heisst unsere Kader und Mitarbeitende, den Unterschied machen. Selbstständiges unternehmerisches Denken und Handeln steht im Zentrum unserer beiden Unternehmenskulturen. In den autonom agierenden Produktzellen haben wir uns unseren jeweiligen Experten-Teams zu hoher Selbstverantwortung, Respekt und eigener Visionskraft gleichermassen verpflichtet. Diese hohe Freiheitsgrade ermöglicht uns, die besten Anlagetalente zu rekrutieren sowie zu fördern und ihre Kompetenzen in fruchtbarer Zusammenarbeit weiterzuentwickeln können. Die Anlageprofis kennen die Unternehmen und Märkte seit vielen Jahren im Detail und finden so unentdeckte Perlen für ihre Portfolios. Um die besten Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen, sind wir am Puls der Märkte. Die mehr als 60 Mitarbeiter im Asset Management verteilen sich auf die Standorte Zürich New York, London, Curaçao, die weiteren 40 sind in der Bank, mehrheitlich in Zürich tätig und nun auch mit Star Capital stark in Deutschland verstärkt und lokal verankert. Egal ob Star Capital oder Belview Asset Management, wir suchen gemeinsam mit unseren Kunden das Besondere. Belview Asset Management ist ein überzeugter Spezialitätenanbieter. Wir suchen vorwiegend nach attraktiven Anlagenischen, die von strukturellen Wachstumstrends getragen werden. Die hochspezialisierten Experten-Teams und Belview Asset Management haben ein klares Ziel, überdurchschnittliche Rendite bei überschaubaren, kontrollierten Risiken. Die Auswahl der Investments basiert auf einem tiefgehenden Verständnis für Unternehmen und Märkte. Unsere Mitarbeiter, die nicht nur Anlageexperten, sondern in vielen Fällen zugleich Physiker, Ingenieure oder Biochemiker sind, lernen die Unternehmen über Jahre im Detail kennen und machen sich ihr eigenes Bild. Weicht dieses von der vorherrschenden Marktmeinung ab, werden Chancen genutzt. Konsequent. Ergebnis dieses kontrollierten Stockpicking-Ansatzes sind relativ konzentrierte Portfolios, die typischerweise 30 bis 50 Titel umfassen. Eine unserer Kernexpetieren ist seit 20 Jahren der globale Gesundheitssektor. In diesem Bereich bieten wir unseren Kunden ein vielfältiges Spektrum von ausgezeichneten Anlagelösungen an. Angeführt von unserem Flaggschiff der börsennotierten Beteiligungsgesellschaft BBBiotech finden Investoren entsprechend ihrer Bedürfnisse eine breite Palette von Anlagefonds und Mandatslösungen. Unser selektiver Investmentansatz spiegelt sich auch in regionalen Spezialthemen wider. Mit unseren Entrepreneurstrategien setzen wir auf besonders aussichtsreiche Familien- und Eigentümergeführte Unternehmen aus der Schweiz oder Europa. Auch in diesem Feld ist Belview ein Pionier. Gleiches gilt auch für Expertisen im Bereich Frontiermarkets, wo wir unentdeckte Wachstumspotenziale in neuen Märkten erschliessen. Allen voran auf dem Kontinent Afrika. Das Bedürfnis nach konservativen Renditenansprüchen bei minimaler und kontrollierten Schwankungsbreiten decken wir mit unserer globalen Makrostrategie ab. Ein Multi-Asset-Ansatz mit Fokus auf absolute Rendite. Und mit dieser Strategie schlägt BELBi Asset Management die Brücke zu der langjährigen ausgewiesenen Vermögensverwaltungskompetenz von Star Capital, die Ihnen bestens bekannt sein dürfte. Die erfolgreiche Gemeinschaft unserer Häuser verbindet ein starkes Band. Eine tiefgreifende Überzeugung für aktives Management. Umgesetzt mit hoher Disziplin und Passion. Ob aus einer spezialisierten oder ganzheitlichen Perspektive beide Ansätze wollen aktiv, unabhängig von ihrer Benchmark für Investoren einen Mehrwert schaffen. Erfahrung und ausgewiesene Anlagekompetenzen und Überzeugungen erlauben es uns mit vergleichweisen fokussierten Portfolios einen hohen Active Share mit maßvoller Umschlagshäufigkeit zu paaren. Wir nutzen Chancen und Preisanomalien, die sich in ineffizienten Märkten ergeben und fördern antizyklisches Verhalten. So suchen wir gemeinsam fernab von ausgetretenen Pfaden und Benchmarks für unsere Anleger nach überdurchschnittlichen Renditen in aussichtsreichenden Investment Opportunitäten. In der Summe sind die gebündelten Anlagekompetenzen sind unsere gebündelten Anlagekompetenzen und das Angebot wie strategisch angepeilt äusserst komplementär. Damit gelingt es uns Ihnen, liebe Investoren, das Beste aus unseren zwei Welten gebündelt zur Verfügung zu stellen. Eines der strategischen Felder, die für Sie als langjährige Star Capital Kenner eher ferner als näher liegen dürfte, sind Anlagestrategien im Gesundheitssektor. Die finden Sie hier eingekreist. In dieser Mitte findet sich auch unser Flaggschiff-Produkt BBBiotech. Stellvertretend für alle unsere Anlagestrategien verkörpert unsere BBBiotech-Strategie unsere Überzeugungen und Fähigkeiten aufs Eindrücklichste. Hier finden Sie verschiedene Dinge gepaart, die uns lieb sind in unserer Überzeugung. Pioniergeist, Innovationskraft, hohe Fachkompetenz und Expertise, Langfristigkeit und Beharrlichkeit. Und letztlich aber nicht zuletzt Leistungen Mehrwert für unsere Investoren. Hätten Sie vor 23 Jahren 1.000 Dollar in BBBiotech investiert, wären an diesen 1.000 Dollar 22.000 Dollar geworden. Im Durchschnitt also jedes Jahr 15% plus. In diesem attraktiven Anlagefeld schlummern Netz bei Biotech noch weitere hochinteressante Anlageopportunitäten. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, Ihnen heute diesen Anlagesektor aus aktuellem Anlass etwas näher zu führen. dieser Part wird nachfolge von meinem Vorstandskollegen Markus Peter unter dem Titel Demografie und hohe Lebenserwartung als Anlagechance präsentiert. Auf dem Weg dahin bleibt mir Ihnen, liebe Anwesende, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich zu danken und Ihnen weiterhin eine gute Unterhaltung und vor allem viele Anlageinspirationen zu wünschen. Besten Dank und bis später. Danke. Applaus